Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen wunderschönen Tag hier auf dem Milchfruchtkanal mit dem tollen Adventskalender von Sugarfari und ich greife wieder hinein. Heute an diesem wunderschönen 10. Dezember und wir haben etwas grünes. Es ist total grün. Prince Noodles. Noodles Udels. Steht da. Noodles Udels. Brauche ich dafür irgendwas oder esse ich die so? Keine Ahnung. Muss ich die erstmal... Nee, ich glaube, die musst du machen, oder? Ich glaube, das ist so Päckchen, wo man machen muss. Soll ich probieren? Wurzeln. Ach, die musst du so essen. Bestimmt keine Nudeln. Mit Seetang. Oh, lecker. Ich fühle mich gerade wie ein Pottwal. Oh. Da ist so ein Seetangblatt drin. Ich weiß leider halt nicht, ob man das einfach so essen kann, aber... Ich halte es euch mal hin. Das schmeckt total nach Fisch, ne? Das schmeckt echt als Würste im Meer. Einfach mal den Mund aufmachen. Fünf Minuten. Dann hast du auch den ganzen Kram da in der Fresse. Dieser Tag ist furchtbar. Entschuldigung, ey, das ist ja echt übel. Gleich weg damit. Hier, so, weg damit. Ich will es nie wieder sehen. Das war... Äh... Ekelhaft. Und das war die Folge für heute. Wir sehen uns hoffentlich morgen mit einer besseren Sache. Bis dahin. Euer Milchfurcht. Ciao.